Hallo, wir machen heute unser zweites Lumenband. Nehmt euch dazu euren Lumen, einen Verschlusshaken, drei farbige Gummis und euren Haken. Entweder selbst eine Häkelnadel oder die ihr mitbekommen habt. Jetzt nehmt euch die erste Farbe für die Mitte. Legt euch den Lumen so vor euch hin, dass die Spitze der mittlere zu euch zeigt und in der Mitte fangen wir an. Immer so ein Gummi um die zwei Haken. Meter hier ran und drüber. Das macht ihr jetzt bis hoch. Jetzt nehmt eure zweite Farbe und von den mittleren auf den linken. Und jetzt macht ihr die Reihe wieder fertig. Wie in der Mitte. Immer über zwei bis hoch. Den letzten Gummi zieht ihr von dem linken auf den mittleren Haken. Ein Haken bleibt noch frei. Jetzt dasselbe auf der anderen Seite. Von der Mitte nach rechts und die Reihe bis oben hin fertig machen. Das letzte wieder. Ein Haken bleibt frei. Von der mittleren auf den rechten. So müsste es aussehen. Jetzt dreht ihr euren Haken. Und nehmt eure dritte Farbe. In meinem Fall weiß. Und spannt den Gummi über vier Haken. So. Damit das dann so aussieht. Den nächsten wieder über vier. Nehmt den ersten mit, wo der Gummi schon einmal drüber liegt. Achtet darauf, dass er wirklich ganz oben ist. Drückt das andere ein bisschen runter. Und das macht ihr jetzt bis oben hin. Immer über vier. Und jetzt. Nehmt ihr eure Nadel und nehmt den unteren blauen und hebt ihn auf den nächsten Haken. Und das macht ihr jetzt mit allen blauen. Bei den nächsten geht hinter den weißen und schnappt euch den blauen und auf den nächsten Haken. Und jetzt. Und dann. und dass die ganze reihe machen die reihe fertig jetzt nehmen das rechte und der gummiband geht dafür wieder hinter die oberen fäden das unterste und spannendes hier rüber und dasselbe macht ihr mit der ganzen reihe und auch den letzten auf die mitte und jetzt dasselbe nochmal mit links wieder hinter die fäden die gummies den untersten auf den nächsten und immer wieder bis nach oben hin und auch bei dem letzten wieder auf die mitte so schaut das jetzt aus ja und nun jetzt geht in diese ganzen gummies hier oben rein nehmt euch eine farbe und zieht den gummi durch die ganzen gummies hier durch dann wieder in die nadel dass das dann so aussieht und jetzt hebt die ganze sache ab und so müsste das nun aussehen hier habt ihr euren gummi und diese drei hier unten dienen auch als schlaufe nehmt jetzt euren haken dann diese drei bänder da rein alle drei durch so jetzt diese zwei können sie auch gerne noch verlängern machen wir jetzt mal einfach immer wieder ein gummi durchziehen und die andere schlaufe da drauf noch ein gummi durchziehen und jetzt einfach runter von dem haken schlaufe und verschlüssel nehmen und ans andere ende rein und so sollte euer gummi band aussehen mit verlängern viel spaß beim nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten video tschüss 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 tschüss